Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren zivilprozessualen Video. Das hier ist das erste von drei Videos zur örtlichen Zuständigkeit. Neben dem schon besprochenen allgemeinen Gerichtsstand gibt es in der ZBO viele besondere Gerichtsstände. Meistens kommt es nur darauf an, die Gerichtsstände nicht zu übersehen und dann den Gesetzeswortlaut anzuwenden. An einigen Stellen ergeben sich aber auch Probleme, die wir in den Videos behandeln werden. Anknüpfungspunkte der besonderen Gerichtsstände sind Verbindungen der Streitigkeit selbst oder der daran beteiligten Personen mit bestimmten Orten. Im Grundsatz hat der Kläger gemäß § 35 ZBO die Wahl zwischen dem allgemeinen und gegebenenfalls bestehenden besonderen Gerichtsständen. Es gibt aber auch sogenannte ausschließliche Gerichtsstände, die alle anderen örtlichen Zuständigkeiten verdrängen. Die wichtigsten ausschließlichen Zuständigkeiten wollen wir uns in diesem ersten Video anschauen, weil man sie auch in einer Klausur als erstes ansprechen sollte. Der klausurrelevanteste ausschließliche Gerichtsstand findet sich in § 24 ZBO. Erfasst sind vor allen Dingen Streitigkeiten um dingliche Rechte an unbeweglichen Sachen. Für diese ist das Gericht ausschließlich zuständig, in dessen Bezirk die Immobilie belegen ist. Gilt dieser Gerichtsstand auch für bewegliche Sachen? Wie sich eindeutig aus dem Wort dort ergibt, gilt § 24 ZBO nur für Immobilien, nicht für bewegliche Sachen. Eine analoge Anwendung auf bewegliche Sachen scheidet ebenfalls aus, weil es bei beweglichen Sachen nicht so sehr auf die Sachnähe des Gerichts ankommt wie bei Immobilien. Ausschließlich ist der dingliche Gerichtsstand in § 24 ZBO nur für sachenrechtliche Ansprüche. § 25 und 26 erweitern den dinglichen Gerichtsstand aber für einige weitere Ansprüche. Sie wirken insoweit allerdings nicht ausschließlich. All das ergibt sich aus dem Wortlaut der Vorschriften. Relevant sind außerdem die ausschließlich Gerichtsstände in § 29 A und § 29 C ZBO. § 29 A betrifft Streitigkeiten über Ansprüche aus Miet- und Pachtsachen über Räume und zentriert die Zuständigkeit am Belegenheitsort der Räume. Die Vorschrift dient nicht nur dem Mieterschutz, sondern soll die Sachnähe des zuständigen Gerichts sicherstellen. Erfasst sind deshalb auch gewerbliche Mieter und Pächter. § 29 C Absatz 1 dient dem Verbraucherschutz und schafft für Ansprüche aus außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen einen ausschließlichen Gerichtsstand am Wohnsitz des Verbrauchers. Das ist eine entscheidende Abweichung von der Grundregel der § 12 und 13 ZBO. Auf einige ausschließliche Zuständigkeiten, vor allem solche im Zwangsverstreckungsrecht, werden wir in anderen Videos noch eingehen. Im Rahmen der ausschließlichen Zuständigkeit sollte man auch an Gerichtsstandsvereinbarungen denken, die in § 38 und 40 ZBO geregelt sind. Lest euch zuerst § 38 Absatz 1 und Absatz 2 durch. Eine Gerichtsstandsvereinbarung ist ein Vertrag, der prozessuale Rechtsfolgen nach sich zieht. Ob ein solcher Vertrag geschlossen wurde, bestimmt sich nach materiellem Recht, also nach § 145 und 147 BGB. Aus § 38 Absatz 1 ZBO ergibt sich, dass die Vereinbarung eines an sich unzuständigen Gerichts durch die Gerichtsstandsvereinbarung begründet wird. Diese Wirkung nennt man auch Prorrogation. Die Prorrogationswirkung umfasst die örtliche und die sachliche Zuständigkeit. Fraglich ist, ob die Zuständigkeit des prorrogierten Gerichts ausschließlich ist, ob andere Gerichte also derogiert werden. Der Wortlaut des § 38 ZBO sagt dazu nichts. Wie könnte man ermitteln, ob die Vereinbarung auch eine Derogationswirkung entfaltet? Zur Ermittlung einer Derogationswirkung gehen wir vor, wie bei materiell-rechtlichen Verträgen auch. Wir legen aus, und zwar nach § 133, 157 BGB. Die Parteien können der Gerichtsstandsvereinbarung also vereinbaren, ob sie eine ausschließliche Zuständigkeit festlegen möchten. Nach Ansicht des BGH kann dabei aber nicht vermutet werden, dass eine Gerichtsstandsvereinbarung ausschließlich wirkt. Die Derogationswirkung muss man also positiv mit tatsächlichen Anhaltspunkten im Sachverhalt begründen. Am einfachsten geht das, wenn die Parteien etwas vereinbart haben wie, das Landgericht Hamburg ist für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ausschließlich zuständig. Das Gesetz knüpft Gerichtsstandsvereinbarungen an strenge Voraussetzungen. Gemäß § 38 1 können grundsätzlich nur Kaufleute Gerichtsstandsvereinbarungen schließen. Geschäftsunerfahrene Parteien sollen vor den einschneidenden Rechtsfolgen einer Gerichtsstandsvereinbarung geschützt werden. Bestimmte internationale Zuständigkeitsvereinbarungen bleiben gemäß § 38 Absatz 2 ZPO aber zulässig. Diese Ausnahme ist wohl nicht examensrelevant. § 38 Absatz 3 ZPO erlaubt schließlich nachträgliche Gerichtsstandsvereinbarungen und solche, die für den Fall geschlossen werden, dass eine Partei umzieht. Weitere Grenzen von Gerichtsstandsvereinbarungen normiert § 40 ZPO. Schaut mal rein. Wichtig ist vor allem § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2. Ausschließliche Zuständigkeiten können durch Gerichtsstandsvereinbarungen nicht ergänzt oder abbedungen werden. § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 verweist zusätzlich auf die streitwertunabhängigen sachlichen Zuständigkeiten der Amtsgerichte. Hier bietet es sich an, § 23 Nummer 2 GVG zu kommentieren. Neben den kodifizierten Schranken in § 38 und 40 ZPO kann man auch an eine materiell-rechtliche Inhaltskontrolle der Gerichtsstandsvereinbarung denken. Wir haben ja bereits zur Auslegung der Vereinbarung auf materielles Recht zurückgegriffen. Gerichtsstandsvereinbarungen beziehen sich zwar mit ihren Rechtsfolgen auf das Prozessrecht, sind aber eben auch Verträge. Bezüglich ihrer Rechtsnatur ist zwar einiges umstritten, auf das wollen wir hier aber nicht näher eingehen. Wenn es im Sachverhalt angelegt ist und wirklich nur dann, könnt ihr in der Klausur auch eine AGB-Kontrolle nach § 307 BGB durchführen oder auch § 138 Absatz 1 BGB anprüfen. Im Regelfall sollt es in der Examensklausur aber, wenn überhaupt, darauf ankommen, § 38 und 40 sicher anzuwenden. Zum Schluss schauen wir uns eine Vorschrift an, die zwar keine ausschützliche Zuständigkeit begründet, aber mit § 38 ZPO verwandt ist. Wir lesen § 39 ZPO. § 39 ZPO begründet die Zuständigkeit kraftrügellose Einlassung. Voraussetzung ist hier nicht, dass wie bei einer Gerichtsstandsvereinbarung ein Vertrag nach § 145, 147 BGB geschlossen wird, sondern dass die Parteien zur Hauptsache verhandeln. Voraussetzung dafür ist, dass sie rechtliche oder tatsächliche Ausführungen zur Hauptsache vortragen. Das ist jedenfalls immer dann der Fall, wenn ein Sachantrag gestellt worden ist. Vor dem Amtsgericht muss gemäß § 39 Satz 2 in Verbindung mit § 504 ZPO auf die Rechtsfolge des § 39 ZPO hingewiesen werden. Gemäß § 40 Absatz 2 Satz 2 ZPO gelten die Grenzen, die in § 40 Absatz 2 für Gerichtsstandsvereinbarung normiert sind, auch für die rügellose Einlassung. Fassen wir noch einmal zusammen, was wir in diesem Video behandelt haben. Grundsätzlich hat der Kläger gemäß § 35 ZPO die Wahl zwischen mehreren Gerichtsständen. Es gibt aber auch ausschließliche Zuständigkeiten, insbesondere § 24 ZPO und § 29a sowie § 29c ZPO. Auch eine Gerichtsstandsvereinbarung kann eine ausschließliche Zuständigkeit begründen, wenn sich das aus der Ausdruckung der Vereinbarung ergibt. Gerichtsstandsvereinbarungen sind nur unter den strengen Voraussetzungen, die im Gesetz normiert sind, zulässig. Insbesondere müssen die Parteien im Regelfall Kaufleute sein. Zudem darf kein anderer ausschließlicher Gerichtsstand gegeben sein. § 39 ZPO sieht eine Zuständigkeit kraftrügelloser Einlassung vor. Die Vorschrift normiert zwar keinen ausschließlichen Gerichtsstand, unterliegt aber einigen Grenzen, die auch für Gerichtsstandsvereinbarungen gelten. Soviel zu den ausschließlichen Zuständigkeiten. Im nächsten Video machen wir weiter mit anderen besonderen Gerichtsständen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank.